good twitch content germany good twitch germany content heißt es schon immer good twitch germany content nicht good twitch content germany na ja infinity rare fällt mir zum ersten mal auf dass es so heißt hey ich habe mein bestes gegeben dass das video safe ist für streamer bitte packt eure facecam hier unten rechts das ist wirklich gut das mit dem sub talk wollten wir auch immer machen eventuell zu wer also nicholas hat geholfen da so ein bot einzurichten ich weiß nicht ob das schon geht aber sonst können wir uns auch demnächst dann mal machen für basti bitte mach einfach so wie immer wenn ihr mir clips schicken wollt macht es über mein community discord link ist unter der beschreibung oder über mein twitter und ja enjoy meiner so klein was ist denn da eigentlich drüben konnte technisch los was ziehen sich da rein wie irgendwie kokain hergestellt wird irgendwie im amazonas oder was ist da gerade los gekocht wird da das kenne ich immer die gucke ich auch öfter die videos da wird gekocht in so im wald und in so einer schüssel dann macht es dann über ein feuer und kann ich meine schokoseite ich habe gar keine seite und ihr fragt warum ich mir das oder latsche das ist will man nicht einfach einen anker schmeißen berechtigte frage oder geht so sascha napoleon hat amerika entdeckt ich weiß gar nicht ist es knappes ding aber was napoleon genau gemacht hat kann ich euch auch nicht sagen vielleicht schon da rinds das ist hugo ich will auch sehen was haben wir gesehen da war kurz was ich hab's gesehen hugo das ist im rechten ruhe ist recht im arm es war sehr absehbar ja stabil hugo ich wusste es gar nicht so viel muskeln haben kann ich auch chat ja auch gesehen oder habt ihr gesehen insane ja gut war die diga sehr gut fünfter platz miki ist kommt eletrix auch ja ja die kürzen beide hier und eletrix auch ist die frage mach den finger einmal rein sagst du ja mach einfach ist egal ich werde schon nicht sterben eww oh mein god kevin ich bin niemals von einem wasserter wo jemand so seinen finger reingemacht hat ne du musst ein bisschen drücken ja ich will das auch machen ich will auch wieso funktioniert das nicht bei mir wieso geht das nicht bei mir ich brauche ein weinglas anscheinend denn ju ist dreist ich fühle die lines während ich in cox reinbeiß ne warte ja 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 oh gott friedermos das ist ein guter clip auch ich hab den bmw angefahren dann habe ich den kratzer in dieser blöden straßen absperrung dann habe ich meinen spiegel angeschraubt habe ich schon ganz vergessen aber ich glaube da war auch nicht wirklich was und habe ich heute noch mal was angefahren das sind vier sachen in so weiß nicht drei wochen oder so wer gilt als der begründer der monat ich habe heute frontal bin ich mit dem auto voran geknallt und man sieht nichts ich war aber auch voll im stress weil ich habe ich habe chris paar sachen vorbeigefahren okay ich sage euch wie die situation war okay also ich stelle euch das so vor also das hier ist mein auto okay das hier ist mein auto und das hier ist christ an der tür also fahr ich da so hin hier das ist jetzt das was ich an chris gebe das habe ich so abgelegt hier so und dann habe ich so gewartet bis er runter kommt und es abzuholen und dann kam mein auto hinter mir das heißt ich musste weiter fahren aber der punkt warum ich gestresst war weil da vorne noch so ein typ stand so ein alkoholiker mensch der steht da so achtung so er hat auf diese sachen die ich chris hingelegt hat weil der so geguckt und dann bin ich um die ecke gefahren und er hat so gemacht und habe ich in meine rückspiegel geschaut und er hat auf das zeug geschaut und ich war so um der klaut es jetzt jeden moment deswegen weil ich mir dachte okay der klaut es jetzt jeden moment wollte ich ganz schnell aussteigen und ganz schnell um die ecke fahren und dann habe ich halt um die ecke zu fahren eingelenkt aber habe nicht aufgehört einzulenken weil ich in den rückspiegel geguckt habe und dieser typ das klaut und dann bin ich hier in die wand gefahren aber mit nur so drei bis fünf kmh und ich glaube man sieht nichts vorne hat er nichts geklaut modernen amerikanischen lyriken tupac oh man ich treffe nichts alter kein gesch hol dir bitte eine dashcam ich glaube ich sollte mir wirklich mal eine dashcam kaufen chat ich habe da reingeschaut bei kevin sein stream als er sport gemacht hat ne ich war allein zu hause niemand war da und ich habe trotzdem von boxen auf kopfhörer geswitcht weil ich mir dachte jetzt kann ich nicht über boxen laufen lassen z g ist time freeze ist es nicht ich habe den sprung aber was die an wird flockend das a a a Ah, ja, ja. Ach so übrigens, der eine Typ hatte sich vorhin gewünscht, dass ich ein bisschen Musik mache mit dem Weinglas. Irgendwie war das absehbar, dass Danny nicht wusste, dass man sowas machen kann. Irgendwie war es ein bisschen absehbar. Was? Er ist so richtig... Er ist so richtig fasziniert. Der echt gegen den Bauner, wenn ich Max Oberkörper frei säne. Ich stehe am höchsten und ihr müsst alle traurig sein und auf den Boden gucken. Verneigt euch vor euren Minecraft-König. Babys können nicht schwimmen, seid ihr dumm? Babys haben nicht mal Arme. Alright. Was? Wie? Konnt ihr denn? Ich bin doch nicht dran. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Bleiben, du musst ja bleiben. Bleiben, du musst ja bleiben. Du musst ja bleiben. Ich schreie mich so hart, die kommt nicht so in der Held und ich schreie so laut. Jawohl, shot! Jawohl, weiter so ist Ascha! Jawohl, shot! Der macht Kills? Start! Mach! Wie viele Stunden hat ein Tag in Amerika? Ich muss gerade überlegen, ob es Danny oder Fabo ist. Ich bin immer nicht ganz sicher, ob es Danny oder Fabo ist. Das ist Danny, oder? Das ist Danny, oder? Das ist Danny, oder? Das ist Danny, da oben habe ich gemacht, als Danny Lena Vanille auf dem Arsch geguckt hat und nachgeschrien hat. Bist du nicht, Lena Vanille? Ich wollte es nur noch an... Nice. Welcher fandet ihr, war der bessere Musiker? Picasso oder Fan? Ey, die tun mir so leid, wir können es wirklich bedürfen. Nein, nein, die haben auch Diamondspieler. Wen denn? Wen? Wer? Ich habe so arges Chat. So nur diese blöde Karen da. Gehen wir das andere nochmal? Nein! Auch für mich noch, sonst klebt meine Hand. Ja, dann geh nach oben und hoch Küchenrolle. Ich habe hier nichts mehr. Das sind, im Übrigen, das sind meine vollgewichsten T-Shirts. Viel Spaß, ihr altes. Hast du dir angefasst. Da habe ich Realtalk gestern Abend reingewichst. Das ist ja mein Content, Digga. Mittlerweile handel ich den Porsche ganz gut. Mittlerweile komme ich rein. Ach, oder auch nicht. Ist hier überhaupt jemand? Oh mein Gott, bitte kein Jumpscare oder sowas. Waaah, wieso? So schnell! So schnell! So schnell! Chat, ist bei einem Seberschleifen der Streifen schwarz oder weiß? Ist die Straße weiß? Oder ist die Straße schwarz? Ja, nein. Ich habe auch für eine Sekunde überlegt, welche, wie rum es ist, aber dann kam es mir nein. Sind ja basically wie Hunde, nur kleiner. Oh mein fucking Gott, dude. Hühner sind wie Hunde. Aber hört mir zu. Äh, wenn ihr ein Musikvideo dreht, müsst ihr unbedingt diesen Stil... Ich kann jetzt einfach hoch... Komm hoch, Alter. Das ist gerade sehr unangenehm. Habe ich schon wieder nicht verstanden. Oh, er hat ein Portal misplaced. Ja, das ist mies. Das war es dann mit dem Run. Das ist gerade sehr unangenehm. So ein bisschen in die Richtung, weiß ich nicht. Alter, nein, ich habe meinen Mic kaputt gemacht. Ja, das war es dann. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das zusammen geht schneller. Alright, Romata, komm mit. Komm mit. Komm mit. Alter, fick doch mein Arschloch. Hat Kevin dich in Berlin gebumst? Ja. Ist Nova heute dran mit ihrem Schachmatch? Wat? Eine Stunde hat 60 Sekunden. Warte, 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 pass auf, pass auf. Mach du das? Ich mach's danach. Das spielen wir heute mit Rezo. Mann, ich bin so schlecht. Ich sag's so dick, man. Ich hau hier eins in die Fresse, Romata. Was kann ich dafür? Lisa hat gesagt, ihr habt euch gegenseitig die Cox massiert. Stimmt das? Natürlich. Klar. Classic. Ja. Was ist? Ah, egal. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wenn eine Frau sagt, alles gut, dann ist alles gut. Euromointun, ich wollte meine kleine Schwester. Wollte eine Freude machen und habe ihr ein Trampolin gekauft. Sweet. Nur was macht die blöde Kuh? Sitzt tollend herum daneben im Rollstuhl. Wir machen jetzt Lava so easy. Was? Was macht der? Lebt der da Fisch noch da drin? Ich würde es eigentlich fühlen, El, dass wenn du Montel gleich mal einen Coil... Wahrscheinlich lebt der da drin noch, oder? Äh, ne, 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 ne. Hä? 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 War ich da dabei? Äh, ne, 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 ne. Das klang gerade wie ich kurz. Für eine Sekunde. Mein Opa sein, du Hundesohn. Das war, äh, Ding oder? Äh, Star Wars? Ja, genau. Ich war gerade eher surprised von dem, von dem Bild, wo meine Facecam drüber war. Von Kevin mit Lochmann. Ja, die hat einen Traumfänger, Alter. Nein, Alter. Da wird alles absorbiert. Selbst die Zahnviehle, wer da drin hängt und stirbt, Junge. Eigentlich krass, wie die Grenze gezogen wird zwischen Tieren und Pflanzen. Weil manche Pflanzen sind auch so schlau. True. True. What is this? I don't know Ich überfalle jede Bank mit meinen Noten, ja, ich flanke jede weg mit meinem Fahrer, ja, ich fahre durch die Stadt, durch die Streets, ja, ja, ich habe die besten Feeds, ja, 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 ich flanke eure Mütter. Aber ich bin ein dummer Keck, ja, 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 oh, oh. Ja. Aber mich schämen, dass ich Mark Forster hören würde. Aber schön zum Bruno Mars 2015 Song am Vibensein. Da werde ich auch nicht drüber hinwegkommen in meinem Leben über dieses Mark Forster Ding. Hast du Allah schon mal an der Möse geleckt, fragt der Motherfucker. Nee, Digga, habe ich nicht, dafür aber deiner Schwester. Jo, Freunde, der Mitspr... Jo, Freunde, der... Mach's, coole Video. Jo. 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 Bis zum nächsten Mal.